Ich möchte euch heute gerne einen Zaubertrick zeigen und zwar werde ich die eine Münze von dem einen Becher in den anderen wandern lassen. Dafür nehme ich diese beiden Röhren, ihr seht sie sind ganz normal, und stelle sie über die Becher. Nun nehme ich diese Münze, die ist auch ganz normal und lege sie unter einen der Böcher. Jetzt lasse ich sie wandern. Seht ihr, sie ist nicht mehr da. Guckt, hier ist sie. Ich kann es auch in die andere Richtung machen. Seht ihr, hier ist die Münze. Jetzt lasse ich sie noch mal wandern. Hier ist sie nicht mehr, sondern sie ist hier. Jetzt zeige ich euch, was ihr für meinen Trick braucht. Ihr braucht zwei durchsichtige Plastikbecher, schwarzes Tonpapier, rotes Tonpapier, und zwar zweimal. Ein Stück Karton in DIN A4, zwei gleiche Münzen, am besten 1 Cent oder 2 Cent. Kleber. Das war's. Bevor ihr anfangen könnt, müsst ihr ein rotes Tonpapier nehmen und es auf eurem Karton kleben. Dafür benutzt ihr natürlich Kleber. Jetzt müsst ihr eure schwarzen Rollen basteln. Nehmt dazu Kleber und klebt die eine Seite der Rolle mit der anderen zusammen. Die Rollen müssen ein bisschen höher sein als eure Becher. Jetzt zeige ich euch, wie mein Trick überhaupt funktionieren kann. Ja, ihr seht richtig. Unter meinen Bechern sind rote Pappkreise befestigt. Um die zu befestigen, müsst ihr den Kleber am Rand entlangführen, dann die rote Pappe draufdrücken und mit der Schere die Rände abschneiden. Vorbereitung Vorbereitung Jetzt legt ihr eure eine Münze auf die rote Unterlage und stellt einen Becher über sie. Den anderen stellt ihr daneben. Platziert die schwarzen Papprohren hinter euren Bechern und legt eure Münze friffbereit hin. Jetzt kann's losgehen. Benutzt am besten gleich aussehende Münze. Kleiner Kribbel Merkt euch, wo eure Münze liegt und legt die beiden Mützen mit derselben Seite nach oben. Stülpt die beiden Pappröhren über die Becher. Jetzt legt ihr eure Münze unter den Becher ohne Münze. Deutet mit einer Geste an, dass ihr die Münze wandern lasst. Jetzt könnt ihr eurem Publikum zeigen, da ist keine Münze mehr. Hebt aber nur die Pappröhre. Jetzt zeigt ihr unter dem Becher die Münze. Viel Spaß beim Ausprobieren! End 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 Vielen Dank.